In diesem Video zeige ich euch den Spyder Pharma GGS Controller mit dem zusätzlichen CO2 und PPFD Sensor und nehme ihn mal genauer unter die Lupe. Spyder Pharma hat den GGS Controller herausgebracht, der den kompletten Grow steuern soll und sich per App bedienen lässt. Für den Controller gibt es unterschiedliche Geräte und Sensoren, die dazu gekauft werden können. Neben Lampen, Abluft und Umluft gibt es noch steuerbare Steckdosenleisten. Der Controller kostet aktuell 80 Euro. Die 5er Steckdosenleiste mit integriertem Controller und Erdsensor kostet 96 Euro. Für 126 Euro bekommt man die 10er Steckdosenleiste. Für den zusätzlichen CO2 und PPFD Sensor werden aktuell 70 Euro verlangt. Ich habe mir den Controller, den CO2 und den PPFD Sensor gekauft, da ich für ein Projekt einen Controller zur Steuerung anderer Geräte suche und wollte den mal testen. Ich besitze weder Lampen noch Lüfter von Spyder Pharma. Der Plan war, mein eigenes Zubehör zu verwenden. Die gezeigten Produkte habe ich von meinem Geld gekauft. Dieses Video wird also nicht vom Hersteller beeinflusst. Das Sensorpaket habe ich direkt bei Spyder Pharma bestellt. 5 Tage später war das Paket da. Sowohl der Controller als auch die zusätzlichen Sensoren kommen ordentlich verpackt. Den Controller habe ich gebraucht gekauft, deswegen ist er mit zusätzlichem Klebeband verschlossen. Zum Lieferumfang des Controllers gehört ein Netzteil, welches den Controller mit 12 Volt und 1 Ampere versorgt. Dann gibt es noch einen kombinierten Sensor, der die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit misst. Der mitgelieferte Lichtsensor kann allerdings nur überprüfen, ob Licht vorhanden ist oder nicht. Um das Licht genau zu messen, wird ein extra Sensor benötigt. Zusätzlich gibt es noch einen Licht- und Lüfteradapter, an den die zu steuernden Geräte angeschlossen werden. Was direkt positiv auffällt, sind die vielen zusätzlichen Kabel und zwei Splitter für die RJ12 Kabel. Ebenfalls mitgeliefert werden Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung. Hier im zweiten Paket, welches ich direkt bei Spyder Farmer gekauft habe, sind der zusätzliche CO2- und PPFD-Sensor enthalten. Der CO2-Sensor sieht genauso aus wie der Standard-Temperatur- und Feuchtesensor, misst aber nur den CO2-Wert. Der PPFD-Sensor kommt mit einer Glemme für die Zeltstange und einem Teleskoparm. Bei Spyder Farmer sieht der Teleskoparm schwarz aus, in Wirklichkeit ist er jedoch selbern. Mitgeliefert werden hier ebenfalls ein paar Kabel und wieder zwei Splitter für die RJ12 Kabel. Der PPFD-Sensor besitzt eine kleine Abdeckkappe, die sich über die Messfläche schieben lässt. Wichtig zu wissen, der PPFD-Sensor ist zugleich ein Feuchtigkeits- und Temperatursensor. Der beim Controller mitgelieferte Sensor wird dann nicht mehr benötigt. Es lassen sich zwar beide anschließen, von welchen die Werte verwendet werden, ist dann allerdings nicht klar. Der Controller besitzt zwei Tasten und ein Drehrad, welches ebenfalls gedrückt werden kann. An der Unterseite befindet sich der Anschluss für das Netzteil und zwei mit Device markierte RJ12-Boxen. RJ12 ist der gleiche Stecker wie RJ11, nur mit sechs statt vier belegten Kontakten. Daneben befindet sich noch ein Ethernet RJ45-Anschluss und ein Schlitz für eine Micro-SD-Karte, was vermutlich zum Update der Firmware dienen soll. Leider war bei meinem gebrauchten Controller die Anleitung nicht mit dabei. Vielleicht wären dort mehr Infos dazu gestanden. Firmware für den Controller konnte ich nirgends finden. Wenn die jemand hat, hätte ich Interesse daran. Auf der Rückseite befindet sich ein Stück Hutschiene, um den Controller zu montieren. Steckt man den Controller ein, werden direkt die Werte der Sensoren angezeigt. Mit dem Drehrad kann man zu den anderen Menüpunkten navigieren. Der zweite Menüpunkt zeigt die angeschlossenen Geräte wie Lampen, Lüfter und Steckerleisten. Leider habe ich kein passendes Gerät zum Anschließen, ich weiß also nicht, ob sich darunter noch Menüpunkte verbergen. Falls ich günstig an eine passende Lampe oder Lüfter komme, gebe ich nochmal ein Update. Im letzten Menüpunkt befinden sich die Einstellungen, unter anderem die Möglichkeit die Sensoren zu kalibrieren. Eine Verbindungseinstellung sucht man vergebens. Deswegen hatte ich zu Beginn Probleme den Controller mit der App zu verbinden. Eine Suche im Internet hat nichts Nützliches zu Tage gefördert, nur die üblichen Werbevideos ohne Inhalt. Einmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen hat dann letzten Endes geholfen, dann wurde er auch per Bluetooth von der App erkannt und konnte einfach verbunden werden. Schlecht programmiert ist die Auswahl des WLAN-Netzwerkes. Hier kann nicht nach Netzwerken gesucht werden, der Name muss von Hand eingegeben werden. Die Verbindung hat aber gleich funktioniert. Die App funktioniert soweit und zeigt die Sensordaten an. Die Zeit für den Tag-Nacht-Zyklus kann eingestellt werden und für die Luftfeuchtigkeit, Temperatur und das CO2 können Grenzwerte ausgewählt werden. Die Werte für die Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden auch gespeichert und können als Diagramm angezeigt werden. Der VPD wird daraus errechnet. Das kann mein billiges Goviteil allerdings auch. Die interessanteren Werte wie PPFD und vor allem CO2 werden scheinbar nicht gespeichert. Die Diagrammfunktion ist für diese beiden nicht vorhanden, obwohl sie als extra Zubehör verkauft werden. Schon etwas schwach. Mich hat vor allem das CO2 interessiert. Auf der Webseite war CO2 und PPFD allerdings im Bild abgebildet. Bei meinem iPhone die Option aber nicht verfügbar. Deswegen habe ich die App auch nochmal auf einem Samsung-Telefon installiert. Dort gab es die Möglichkeit leider auch nicht. Das Drehrad des Controllers gibt schon jetzt manchmal Schleifgeräusche von sich. Der Tastendruck am Rad geht für meinen Geschmack auch deutlich zu schwergängig. Das Gehäuse des Controllers scheint aus günstigstem Kunststoff zu bestehen, erfüllt aber seinen Zweck. Natürlich wollte ich auch wissen, wie das Innenleben aussieht. Also kurzerhand aufgeschraubtes Teil. Der Aufkleber auf der Schraube lässt sich einfach abziehen und wieder anbringen. Aber da der Controller gebraucht war, ist sowieso nichts mit der Garantie. Wie erwartet befindet sich darin ein ESP32 für das WLAN und Bluetooth. Eine übliche CR2032-Bufferbatterie zum Speichern der Werte. Ein zusätzlicher Mikrocontroller und leider auch zwei Bauteile für die serielle Kommunikation. Zwischen Steuerung, Sensoren und Aktoren. Diese Tatsache macht es leider sehr unwahrscheinlich, dass mit dem Controller Fremdgeräte anderer Marken gesteuert werden können. Das ist zwar für Besitzer von Spider-Farmer-Geräten kein Problem. Für mich wird er dadurch aber wahrscheinlich uninteressant. Ich habe die Stecker zwar schon vermessen und mal mit einem Oszilloskop nachgesehen, wie dort kommuniziert wird. Bis jetzt bin ich aber noch nicht weitergekommen. Zusätzlich erschwert wird die Analyse auch durch die Tatsache, dass ich nur Sensoren, aber keine Aktoren wie Lampen oder Lüfter zur Verfügung habe. Wenn sich jemand in dem Bereich gut auskennt und Lust hat, dabei zu helfen, den Controller für Fremdgeräte nutzbar zu machen, kann er sich gerne melden. Ich habe Spider-Farmer dazu schon mal kontaktiert, aber wie zu erwarten war, keine Antwort erhalten. Beim anschließenden Zusammenbau ist mir dann der größte Konstruktionsfehler des Controllers aufgefallen. Die Ösen zum Aufhängen im Deckel sind durchgängig ausgeführt, ebenso die Hutschienenhalter. Für einen Controller, der vielleicht auch mal Spritzwasser abbekommen könnte, ist das schon etwas schwach. Kein Wunder, dass dann auch direkt auf eine Dichtung für den Deckel verzichtet wurde. Der lieblos aufgebrachte Schutzlack auf der Platine tröstet darüber auch nicht hinweg. Das Innenleben des Geräteadapters enthält ebenfalls einen eigenen Mikrocontroller und die gleichen RS485 Transziver für die Kommunikation. Der Schutzlack ist auch hier lieblos aufgetragen. Wenn ihr die Geräte verwenden wollt, solltet ihr sie besser gut vor Feuchtigkeit schützen. Der kombinierte Temperatur- und Feuchtesensor sieht ähnlich aus. Auch hier wieder ein eigener STC-Microcontroller. Interessanter sieht es da schon im CO2-Sensor aus. Hier wird ein Infrarotsensor zur Bestimmung des CO2-Gehaltes verwendet. Eine Typenbezeichnung konnte ich jedoch nicht erkennen. Die Genauigkeit von CO2-Sensoren lässt sich nicht ohne weiteres beurteilen. An der Luft im Freien zeigt der Sensor jedoch Werte um die 480 ppm an, was plausibel erscheint. Der PPFD-Sensor ist etwas komplexer aufgebaut. Interessante Infos konnte ich trotzdem keine finden. Der Sensortyp lese ich nicht erkennen. Verglichen mit meinem günstigen Paarmessgerät scheinen die Werte zu passen. Genaueres dazu kommt in einem zukünftigen Video, in dem ich auch die Genauigkeit der Photon-App überprüfen werde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Controller eine gute Idee ist. Mir gefällt die Modularität, so kann sich jeder aussuchen, welche Teile er benötigt und dann entsprechend dazukaufen. Allerdings muss in der Umsetzung noch deutlich nachgebessert werden. Ich bin gespannt, wann ein Firmware-Update zur Verfügung steht, welches die Aufzeichnung des CO2- und PPFD-Wertes nachrüstet. Da es nicht möglich zu sein scheint, ohne weiteres andere Geräte mit dem Controller zu steuern, werde ich demnächst Controller anderer Hersteller untersuchen. Da warte ich aktuell noch auf die Lieferung. Sollte jemand defekte Spider-Farmer-Geräte besitzen, die mit dem Controller kompatibel sind, hätte ich daran Interesse. So könnte ich die Kommunikation zwischen diesen und dem Controller untersuchen. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr weitere spannende Projekte sehen wollt, abonniert den Kanal und klickt den Like-Button. Wenn ihr selbst Ideen oder Problemstellungen im Grow-Bereich habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Dann kümmere ich mich vielleicht darum. Bis zum nächsten Mal.